Bei Alpha bringt's ja eigentlich sehr viel, aber egal. Manchmal wird's schon mal ein bisschen geschädigt. Gut. Okay. Jeff caught the cold. Ist klar. Wie legen Alpha auf Jeff? Ähm, du greifst an, du greifst an. Okay. So. Es gibt ja auch noch Schadenhunde, sicherweise. Ach, scheiße. Mist, Mist, Mist. Das würde irgendwas mit Mysterious machen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, und jetzt. Oh, das hätte es gefährlich ausgehen können. Hätte man jetzt nicht gut strategisch gemacht. Ich weiß, was ist strategisch. Was ist das? Äh. A bomb. A bomb. BOMBED. You want it? Äh, you got it. So long as you have enough rupees, my friend. Oder so ähnlich. Ich weiß es gar nicht mehr. So, Jeff, oh, wir haben es in den Teils, glaube ich, voll, oder? Ja, unser Winter ist voll. Aber sowas von voll. Äh. Hätte doch Serum gegen Gift, weiß ich. Das brauchen wir eigentlich momentan gar nicht. Ich büße mal trotzdem auf, glaube ich. Eine Bombe, ähm, kann Jeff noch was tragen, oder? Nee, kann er nicht. Dann wirst du doch ein Horn of Life. Horn ergeben. Und. Die Bombe gibst du Jeff. So. Dann werden wir vielleicht noch ein paar Bomben einsetzen. Weil wir haben nämlich, glaube ich. Ah, zwei, drei, 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 drei. Oh, das ist auch eine Bombe. Ach, du heilige Scheiße. Ähm. Ja, dann wirst du mal das Gold Egg geben an Paula und. Nee, es gibt die Bombe an Jeff weiter. Also wir haben, wie viele Bomben haben wir sonst? Irgendwelche Bomben oder so? Technik. So, kritik, die Lenscher habe ich schon gelesen. Die haben wir, hey, Backstage, Passwild of Seven. Okay. Wir haben, drei Bomben haben wir, deswegen, ja, das sind relativ viele, deswegen vielleicht mal ein paar verbrauchen sollten wir sie brauchen. Ja, so. Ah, trifft doch mal bitte. Die sind ja jetzt nicht so schwer, oder? Die Viecher hier. Na gut, fünf sind halb Jahr in Jeff, das ist jetzt noch relativ... Naja, was geht, sagen wir mal. Die sind eigentlich nur EP-Spender, mehr sind die nicht. So. Okay. Gehen wir mal, gehen wir mal links lang, vielleicht funktioniert das. Ich hab doch schon mit dir geredet. Mann, halt die Fresse. Du bist wie. Und es lässt ganz schnur. Ich brauche mir zu folgen. Was sind das hier eigentlich? Safety first, don't get hurt, burp instead. Rüppsel statt dazu. Okay. Naja. Boah, ganz viele Phobies. Aber, boah, aber ganz viele Phobies. Alter, mit dem Autofight. Werden schon sterben, hoffe ich zumindest mal. Oh, da, 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 da. Sehr schön. Jeff Level 26. Yay. Max, um HP plus eins und irgendwas anderes noch plus eins. Sehr gut. Ich erinnere mich nur auf die HP-Werte. Auf ganz andere nicht schauen. Oh, hier leckt's. Oh, schaut euch diesen Mass. Oh, du heilige Fuck. Oh. Sind gegen PK-Free, sind feierempfindlich oder? Alter, guckt euch das mal an, ey. Wie viele das sind? Das ist bis F. Oh, Mann. Autofight. Wie sind hier sind die Erfahrung? 2006 Ende Erfahrungspunkte. Oh, ho, 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 ho so ein eingeheizt rönt ne oh yeah so ähm du könntest eigentlich das ziehkaramell mal an es geben und es gibt das peanut den peanut cheese bar an paula okay denn wie viel halbherz ja ich nehme auf es ist immer so ungünstig dass man nie weiß wie gesagt ich sag schon zum zwölf draußen mal oder so dass ich nicht weiß wie sie halt die dinge sind nicht die die zahl da die rote deswegen er ist das halt ein bisschen beschissen hat aber ne gut so zwei haben natürlich jetzt überlebt das ist nicht gut greift nur an der gut mehr macht er es nicht ob ich halt chef noch ein bisschen durch ich will jetzt nicht über den pp verschäden müssen und heilen müssen deswegen ja das problem in dem dungeon hier sind eigentlich nur die gegner der boss gegen ist kein problem sollte man sich nicht so blöd anstellen wie ich damals und die versuchen wollen zu besiegen das funktioniert nämlich nicht da wird nicht immer geheilt die kugel kapseln das ganze gut gebrauchen aber er hat keinen ach so ich glaube wir können ja die hat den können wir trotzdem so benutzen genau chef ok 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 er kann nämlich sehr gut gebrauchen ok laser sehr schön den kann auch gebrauchen aber auch wenn man anfangen dass meine bombe einsetzen und dann haben wir ja platz in den inventar wort wieder ganz viele fobys ich glaube da schmeißen wir eben eine bombe rein oder so verteidigen verteidigen und eine bombe einsetzen wir sind nicht viel schaden das macht ach das macht mal gucken bum 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 ah ok das macht gebiet schaden sozusagen ARO ARO E Angriff oder so so mach mal kurz ein autofight ach jetzt hab ich na egal mhmhmhmhmhmhmhmh Autofight so und boah nochmal ein letztes Level ab hoho ganz plus 3 geil HP plus 15 HP plus 6 geil scheiße jetzt kann man nochmal öfter heilen das ist gut Oh, hallo, wer bist du denn? Was sagst du? Hallo. Ja. Diese Dialoge machen nicht so viel Sinn, weil die Übersetzer übers Scheiße gebaut haben beim Übersetzen. Alright, but so good, ding. Müde, aber so good, ding. Ja, ne, ist klar. Ist klar. Mr. Saturn. Oh, naja. Noch mehr Phobies. Ah, InstaWin. InstaWin, das neue Waschmittel. Waschmittel. Oh, nee. Oh, nee. Nicht auch noch sowas. Hm. Hm. Jetpfeilen, bitte. Wie viel HP hat er Poller maximal? Naja, gut. Äh, scheiße, Dreck. Hm, du schaltest mal irgendwie die aus, bevor die uns irgendwie Ärger machen. Musseli Badfly. Diese Scheißviecher. Ah, jetzt trifft er auch nicht. Nein! Nein, 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 nein. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Jetzt fangen die auch noch mit sowas an. Ich krieg die Kotze. Ach, das trifft er nicht. Jetzt treffen die einen, ich glocke es dann entdeck. Ah, ich muss ja den Beta einsetzen, stimmt ja. Scheiße. Ja, hör doch mal auf, du Mistvieh. Ah, nee. Das meinte ich mit, wir brauchen sehr viel Pipi hier. Ach, trifft bitte, trifft. Ah, danke, Chef, du bist dein Held momentan. Ah, ha, 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 ha. Ja gut, jetzt, bitte, mach das Vieh irgendwie tot oder so. Bitte, bitte, bitte. Nein! Scheiße! Didn't work und Paul ja gut, dass nur immer er es gemacht hätte, ich weiß es nicht. Dritt, bitte sterben! Danke! Oh, ich hasse diese Lamellette-Piles, ey, die sind so kacke. Ob die denn das Kotzhaufen sind, aber trotzdem sind eine kacke zum Bekämpfen, ey. Oh, nee. Pipi. Mhm, es hat noch genug, na gut. So, hier, da waren es, wo das Wort der Zombies, der da jetzt sein, du schweig. Ja, na, komm, komm halt her. Warum nicht, macht er mich nicht schon wieder irgendwie richtig Mist? Oh! Also, wenn man den in eine Runde besiegt, ist alles okay, aber alles andere ist, ähm, ja. Jeff, Level 27, Offense up by one, maximale Spiel up by two. Schön. Alter. Noch mehr! Äh, ja, ist klar. Erstmal, dass wir ihn in eine Runde irgendwie bitte kalt machen, wenn es geht. Muss die Blattfly, Badfly, ist ja dagegen ja gut, solange er nur angreift, ist alles okay. Das muss ich unbedingt schon feilen, sonst ist er am Arsch. Aber sowas von, live ab, so. So, solange er alle trifft, ist es okay, aber so, wenn man anfängt zu heulen, ja, dann ist, äh, Heuland in Not. Dann ist die Welt in Not. Aber sowas von, dann, äh, 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 äh. Oh, man. Schlechte Witz der FTV, ja. Hä, was haben wir denn hier? Calvary Stick. Schön. Hä, kein Inventarplatz, wenn wir freichern, eine Bombe einsetzen sollen. Na, dann schmeiß die Bomben halt weg. So viel Schaden machen die auch wieder nicht. So. Später Sachen, die machen wieder Schaden. H.P. Sucker. Yeah, yeah. Chef, du, äh, Chef. Du sagst ab sofort, offiziell. H.P. Sucker. Flachwitz FTV, ja. H.P. Sucker. Vital Capture. Wer hat denn von euch die wenigste Vitalität? 20, 7, 7 Vital Vitalität. Geile Scheiße. Ja, ja, ich hab doch gar nicht. So. Vital Capture. Yo, Spoiler. So. Dann krieg ich vielleicht ein bisschen HT mehr ab beim nächsten Level. Äh, nee, nicht schon wieder. Ja, 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 ja. Mist, wie? Ich hasse dich. Ach nein, das hat er nicht getroffen. Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, nö. Fängt das wieder noch so mit an? Ich glaub's ja nicht. Mist. Das ist nicht gut. Nicht gut. Oh, gut. Und dann sind wir vor allem im Arsch. Dann sind wir übelst vor allem im Arsch. Na gut, so, hier rein. Und die Viecher in Ruhe lassen irgendwie. Hier ist nichts super, toll. Voll geil. So. Ah, komm her. Ich hasse dich, ey. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und er trifft natürlich nicht, war ja klar. Ach, nein. Trifft jetzt bitte. Ja, ich hab jetzt gerade noch zu heilen. Danke, 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 danke. Ah, ein Glück, ey. So, sind wir noch unterheulen? Nein, sind wir nicht gut, das ist nur im Kampf. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Nein, die treffen nie, das ist doch Mist. Mann. Ah, scheißen Dreck. Das könnte jetzt kritisch werden, wenn wir die erste Gäste nicht treffen. Au, danke. So, ähm, scheiß drauf, das müssen wir jetzt irgendwie überstehen. Irgendwie. Danke. Oh, gut, dass Ness relativ häufig gerade trifft. Aren't you the fly-hunt-interviewed boy? What's the password? It doesn't mean I don't trust you. Just say it. Say it now. Someone's own quality is either extremely shy or extremely dangerous. What a suspicious fellow. Ja, geil. Jetzt hab ich aber nur gegen dich kämpfen. Hm, ich hätte heilen sollen. Scheiße. Na ja, amtlich. Äh, nein, nein. Au. Ja, triff. Töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Nein. Äh, das könnte ganz... Oh. Alter, was hab ich heute für ein Glück, ey. Letztes Mal, als ich hier war, ging das nicht so viel oft vonstatten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach ein übstes Glücksspiel, was die HP angeht, ne? Und PP und Kram. Nee, gegen die will ich nicht kämpfen. Das ist der echte Master Belch. Da ist er. Größte Kotthaufen auf dieser Scheißwelt. So, und ich glaub, wir brauchen sowieso nicht ein. Ich kann das nicht. Das kann man schon... So, you are Ness. Let's see. Oh, man, schau mal. Gah, 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 gah. There's a prophecy that should defeat Master Geiger's. He, gah, gah, gah. You make me laugh so hard. If Master Geiger's is scared of someone, he would have to be the last of the greatest evil. Gah, 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 gah. I'll take you down big time, so get ready for the worst fight of your life. Gah, 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 gah. Get ready to feed the pain of true no, no see. Gah, 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 gah. Let's go. Master Bay, wir haben von Deutschland in den Fly Honey einsetzen. verteidigen, verteidigen.